Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, letzte Woche ist kein Video online gegangen. Das liegt auch daran, dass ich ein bisschen mit meiner Arbeit beschäftigt war. Plus ich hatte schon ein Video vorbereitet. Tut mir leid. Ich muss euch ehrlich sagen, dass ich zum Thema Musik jetzt nicht viel großartig vorbereitet habe. Außer, und zwar ist die neue Single von unserer Band Signature online gegangen. Brand new. Wir würden uns mega über euren Support freuen. Also spielt das Ding rauf und runter, packt es in eure Playlist, whatever. Wir wären auf jeden Fall sehr dankbar. Link in der Videobeschreibung, checkt es auf jeden Fall ab. Und lasst mir gerne unter dem Video hier ein Feedback zu dem Song da. Das würde mich mega freuen. Ja, wie gesagt, heute kein großartiges musikalisches Thema heute. Sondern ich gebe euch vielleicht ein paar kleine Tipps, die ich als Musikproduzent als wichtig erachte. Die auf jeden Fall für mich sehr, sehr hilfreich waren im Laufe der Zeit, wo ich jetzt mich entwickelt habe. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil ich mir ja nicht alles merken kann. Der erste Tipp, den ich euch geben kann, ist auf jeden Fall, seid offen für alles. Das heißt, sei es Filme, andere Musikstyles, die ihr nicht gerade hört, Reisen, also andere Kulturen. Der Grund, warum ich das euch sage, ist folgender. Es erweitert eure Inspirationsquelle. Deswegen ist es ganz wichtig, nicht in seinen virtuellen vier Wänden zu bleiben, sondern wirklich seine Fühler auszustrecken, zu gucken, was gibt es da draußen, was kann ich Neues dazulernen. YouTube-Videos gucken ist gut und schön, aber es ist nur ein kleiner Bruchteil, den ihr euch reinzieht. Guckt euch wirklich andere Sachen an, hört andere Sachen. Es hilft auf jeden Fall, neue Ideen zu entwickeln. Auch Computerspiele zocken, das hilft auch auf jeden Fall. Deswegen, wie gesagt, seid offen für alles. Der zweite Punkt ist natürlich, das kennt ihr auch schon, sich kontinuierlich weiterentwickeln. Also selbst lernen, neue Techniken lernen, gerade was Produzieren angeht. Vielleicht sagt ihr auch, ich will Songwriting lernen, dann zieht ihr euch Sachen über Songwriting rein. Ich kann zwar arrangieren, produzieren und Melodien komponieren, aber ich kann keine Texte schreiben. Deswegen ist es für mich gerade wichtig, dieses Verständnis noch besser auszubauen. Wie gesagt, lernen, 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 besser werden, ist das A und O. Der dritte Punkt ist auf jeden Fall auch, finde ich, ganz wichtig und zwar analysieren von anderen Werken. Sei es ein Jazz-Song, sei es der Top-10-Chart-Hit, sei es ein Filmscore. Einfach versuchen, das Musikstück auseinanderzubauen und nochmal wieder zusammenzusetzen und zu verstehen, warum funktioniert das. Und das mit eigenen Worten erklären, was das bei einem selbst auslöst. Und das, was man dann feiert in seinem eigenen Repertoire vielleicht aufnehmen, so entwickelt man ja auch quasi seinen Style. Das mache ich andauernd, versuche dann auch zu verstehen, warum funktioniert dieser Song, warum funktioniert dieser Song nicht. Und so versuche ich, meine Musikwerke entsprechend zu entwickeln und es ist immer noch ein Lernprozess bei mir. Es wird definitiv nicht aufhören. Und wenn wir schon beim Analysieren von Musikstücken und Lernen von neuen Techniken sind, ist dieser Punkt jetzt am allerwichtigsten. Macht eure Songs fertig, egal wie scheiße die sind. Glaubt mir, wenn ihr in diesem Hamsterrad von, ich habe einen Song angefangen, aber ich habe den nicht weitergemacht, habe schon wieder einen neuen Track angefangen. Ihr werdet wahrscheinlich niemals einen Song hundertprozentig fertig machen. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Also ich finde, es ist wirklich mega wichtig, die Songs, egal wie gut oder schlecht die sind, fertig zu machen. Weil wenn du es niemals fertiggestellt hast, wirst du auch niemals wissen können, was du besser machen kannst. Das ist auf jeden Fall nur meine Meinung, aber ich empfehle es euch. Macht eure Songs fertig, egal wie schlecht die sind, weil, wie gesagt, ihr lernt davon. Nächster Punkt ist mir spontan eingefallen, aber vielleicht ist er auch unnötig gewesen. Aber ich sage es trotzdem mal, sei keine Labertasche. Weil in meiner ganzen musikalischen Laufbahn durfte ich auf jeden Fall mehr oder minder solche Leute kennenlernen. Ich gebe denen auf jeden Fall einen riesen Kudos, wie gut die sich selbst vermarkten können und gut reden können. Aber ich selber bin immer noch ein Fan davon, einfach mal Sachen umgesetzt zu haben, die auch wirklich nachweisbar sind. Ich finde das auf jeden Fall viel aussagekräftiger, als wenn jemand zu dir kommt und sagt, ey, ich habe das schon gemacht, ich habe das schon gemacht, aber du wirst das nirgendwo nachweislich lesen können. Aber an dieser Stelle würde ich auch gerne eure Meinung dazu lesen. Also was findet ihr besser, jemand, der sich krass gut verkaufen kann oder jemand, der was nachweisen kann? Natürlich gibt es auch die Leute, die krass gut reden können und was nachweisen können. Aber die sind jetzt erstmal außen vor gelassen, also lasst es mich gerne wissen. Der nächste Punkt ist auch auf jeden Fall für mich persönlich der allerwichtigste Punkt, der auch mich jetzt dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Und das ist Grinden. Und mit Grinden meine ich wirklich in erster Linie die Ausdauer, die es mit sich bringen muss, um da irgendwann anzukommen, wo du sein willst. Ich weiß, daraus gibt es so viele Motivational Speaker, die das dann auch anpreisen. Natürlich soll man das in einem gesunden Maße ausüben. Ich selbst habe es leider nicht gemacht, weil früher hatte ich Ausbildung. Ich hatte danach noch einen Nebenjob an der Tanke und habe dann noch Musik produziert. So habe ich auf jeden Fall Grinden definiert. Also ungelogen, das Wichtigste in dem ganzen Prozess ist die Kontinuität, die du in deine Arbeit reinsteckst. Also ich mache ja schon seit über 20 Jahren Musik und ich bin immer noch nicht an dem Punkt, wo ich eigentlich sein möchte. Also das kommt mit der Zeit. Ihr dürft auf jeden Fall nicht erwarten, dass ihr von 0 auf 100 direkt hier der Überflieger seid. Es ist auf jeden Fall ein sehr langwieriger Prozess. So viel zum Grinden. Kommen wir zum letzten Punkt. Soft Skills sind auf jeden Fall das A und O in diesem Bereich. Und ich habe mir jetzt erstmal eine Seite aufgemacht, weil ich fand es ganz interessant. Es gibt mehrere Bereiche des Soft Skills. Also es gibt zum Beispiel soziale Soft Skills. Das heißt zum Beispiel Teamfähigkeit, emotionale Intelligenz. Also wie nimmst du deine eigenen Gefühle wahr? Empathie, also im Sinne von wie nimmst du die Gefühle wahr von deinem Gegenüber? Dann auch noch die Motivation haben, etwas umzusetzen. Das finde ich auf jeden Fall schon mega wichtig. Gerade diese empathische Geschichte finde ich mega wichtig. Wenn du jetzt mit deinem Kunden redest und mit deinem Artist dich austauschst, damit du dich in ihn hineinversetzen kannst. Was er fühlt, was er für eine Idee hat, die er gerne umsetzen möchte, finde ich auf jeden Fall ist ein mega wichtiger Punkt, um halt was Produktives auf die Beine zu bekommen mit anderen Leuten. Andere Soft Skills, wie zum Beispiel konstruktives Feedback, Menschenkenntnis, Integrationsvermögen, finde ich auf jeden Fall wichtig, dass das einen Music Producer braucht, um halt Sachen umzusetzen, die zum Beispiel für einen anderen Künstler gedacht sind. Persönliche Soft Skills sind auch mega wichtig, zum Beispiel hier steht Selbstständigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Selbstsicherheit, Zielstrebigkeit und Zielorientierung. Ja, bei mir ist es manchmal auch echt planlos. Selbstreflexion, Leute. Selbstvertrauen, analytisches Denken, das was ich schon euch vorher gesagt habe. Und dann gibt es die methodischen Soft Skills, darunter fällt die Kreativität, Motivation und Ausdauer, Organisationsvermögen, Flexibilität. Vor allem, Leute, Flexibilität finde ich mega wichtig, weil neulich hatte ich auch noch eine Auseinandersetzung, wo ich gedacht habe, Alter, wie kann man so unflexibel sein? Das ist auf jeden Fall eine Geschichte für ein andermal. Belastbarkeit finde ich mega, mega wichtig. Problemlösungskompetenz, das heißt, wenn ihr Scheiße gebaut habt, dass ihr nicht eure Scheiße jemand anderes zuweist, das ist nicht die Problemlösung, Leute. Gibt es auch einen kleinen Vorfall. Strategisches Vorgehen, schnelle Auffassungsgabe, strukturierte Arbeitsweise, Sorgfälligkeit, Delegieren. Delegieren finde ich jetzt gerade nicht so wichtig, es sei denn, ihr leitet ein Chor oder ein Orchester. Jetzt kommen wir zu dem aller, aller wichtigsten Soft Skill. Kommunikation, Leute. Präsentationstechnik, kann ich null. Rhetorisches Können, aktives Zuhören, definitiv. Gesprächs- und Verhandlungsführung ist essentiell, Leute, wenn ihr einen Deal aushandelt mit einem Label oder was auch immer. Dann müsst ihr auf Zack sein. Ich selber lerne immer wieder noch dazu, Überzeugungsvermögen und Begeisterungsfähigkeit. Das, was jeder Influencer natürlich haben sollte. Durchsetzungsvermögen ist auf jeden Fall klar, aber seid kein Arschloch. Nonverbale Kommunikation, okay, eure Körpersprache. Aufgeschlossenheit und Neugier, das ist ja klar, das habe ich ja am Anfang gesagt. Networking. Leute, es ist nicht nur allein das Musikmachen, was euch weiterbringt. Es ist wirklich, wenn ihr euch mit anderen Leuten connectet, bringt es euch nach vorne. Ist so. So, ich hoffe, ihr konntet von meinen Tipps und Empfehlungen was mitnehmen. Und falls ihr noch was ergänzen wollt, dann schreibt es gerne auf jeden Fall in die Kommentare. Ich werde es mir auf jeden Fall durchlesen, weil ich finde es auch ganz interessant, eure Meinung dazu zu hören. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gerne mit einem Daumen hoch zeigen. Und für die Neuen unter euch, die sich für Musik interessieren, gerne diesen Channel abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!